Jo Leute, was geht ab? Hallo, was geht? Ich stream heute wieder Rabbelokse Rab-puh-Lokse Rabbelokse ist nicht Rab-puh- Das hat gesülpst, aber ich hab mich gemütet Oh Gott! Äh, ja moin Hier, jetzt ist er gleich bei mir Nein, mein OBS ist abgestürzt Ich muss einfach mal kurz hier Dandro, Dandro, Dandro Och nein Oh nein Ja, Dandro Das kann jetzt so schlimm bedauern Weil ich grad Baumbus-Lightroom habe Pur Ah, jetzt geht's Der Lightbot will irgendwie nicht funktionieren Na, ich kann ja noch Ich hab's nicht achten Ja, funktioniert jetzt, nice Ja, äh, äh Äh, äh Äh, äh Dann können wir jetzt Warblocks spielen Ach, guter Zustand steht noch mal Was spielen wir heute? Einige, äh, wenige von euch wissen, gestern haben wir dieses Grandpa-Takoon gespielt Äh, also dieses, ne, was für Ta-Koon-Obi So Leute, mit welchen Spielen? Welche Spiele sollen wir heute spielen? Lassen wir wieder eine Obi spielen Wollen wir jetzt nicht wieder mit Obi weitermachen? Ich geh auf ihn mit Obi geschrieben Ich wusste das natürlich Ich hab's nicht Halt's sonst wieder eine Stunde Ich hab Bambus-Lightroom des Jahres Nackt schön, Alter Wirklich, das dauert ewig Also Obi Ich mach'n Bambus-Lightroom des Jahres Und natürlich geschafft Nicht Ich mach'n, ich mach'n so lang ein Bambus-Lightroom des Jahres Mach'n du's hinterher frei, hey? Oh, fast geschafft Wir können Grinch-Obi machen Grinch Was? Wir machen Grinch-Obi Mach'n Bambus-Lightroom des Jahres Mach'n Bambus-Lightroom des Jahres Also bis dann haben wir ein Obi schon fertig Und zwar das Grinch-Obi Ich weiß nicht, ob's Grinch-Obi heißt Oder Grinch-Obi oder was auch immer Boah, Alter Und ist das Obi drauf? Warte Ich weiß nicht, wie's bei euch ist, aber wir bekommen unsere Zeugnisse Testen No! Und wir lernen was gar nicht Lernt bloß mit Hilfe Spaß lernt Also ist wichtig Aber wir sind halt dumm und machen das nicht Ja Aber übertreibt's auch nicht Lern ist auch langweilig Myeah Budi ist auch nicht Bist du schon im Obi? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir beide können nicht gleichzeitig auf YouTube leider streamen. Das ist halt auch zu cool. Oder? I don't know. Ich gebe mich grad in Gefahren. Was ist denn neu? Ich begebe mich grad in Gefahren. Wieso? Wie? Mein PC überhitzt mich grad. Wie im Stream. Da kommt Musik. Ich will nicht nur Copy Strike werden. Was? Ich will nicht nur Copy Strike werden. Copy Strike. Wen was? Wen Musik. Welche Musik? Wir haben nicht mal welche an. Wer macht welche an? Wieso ich? Wieso ich? Wir brauchen wohl keine Musik. Heute ohne Musik. Heute ohne Musik. So, bist du schon auf nem Hobby drinnen oder soll ich noch ein paar Stunden warten? Ich begebe mich grad in Gefahren. Weißt du schon mal weh? Bambus Leitung. Ah, jetzt geht's. Hast du auch schon mal weh? Ich weiß. 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 wie genau was das soll. Ah, endlich bist du mal drin. Hast du schon angefangen? Nee. Bei mir lebt's immer noch. The Grinch Abi. Ich glaube. Er interessiert sich nicht für Wooblocks, Hirn, Stream, da und meinen und... Fuck. Ich weiß. So. Ich bin drinnen. Cat lifter. Bist du bereit? Cat... Aber auch Katzen Gamer genannt. Oh, ich bin drinnen. Ich bin gerade auf meinem Real-Account. Wie heißt diese Kacke drunter? Jetzt muss ich warten. Es lädt. Was ist? Guck mal, wie hoch du das drinnen kannst. Ich sehe es nicht. Du bist auch doch ein Wohlkopf, Alter. Du schreibst das Haar klein und dann alles groß. Ich weiß, deswegen hast du mal die Tessentur. Nee, weil du einfach nur dumm bist. Oh, jetzt hat Jona geliked. So was kann ich einfach nicht leiden, Leute. So was kann ich nicht leiden. Was ist passiert? Nix. Du bist aber auch geliebt vom Server jetzt. Ja, weil es halt nicht geht. Tabaki. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal eben den Stream. Gucken, ob wir seine Probleme wegkriegen und dann spielen wir direkt weiter. Nein, wir bekommen meine Probleme nicht weiter weg. Was? Ich habe einfach nur eine Bambus-Leitung. Punkt, Ende, Auge. Da kannst du kein YouTube mehr mit uns machen. Weil mit deiner Schwächs-Leitung... Ja, es kommt doch schon neue Leitung. Da bin ich jetzt nicht drin, da kannst du es drehen. I hate this is Bambus-Leitung. Wann hast du jetzt Blüe beendet? Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Ich eher nicht, weil ich hier bei mir immer noch scream. Das ist normal. Wow. Ist halt ein Bug, ey. Ich fuhl jetzt eben noch weiter. Das ist normal für den Stream, der gleich beendet. Warte, wann du gerade gesagt hast, ich hasse die Bambus-Leitung. Hast du dein Schlafgehalt zu streamen? Ja. Dann sind wir noch live. Wieso? Warte. Wir sind noch live. Alles gut. Wir sind noch live. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Alter, bist du dumm? Wir sind noch live. Nein! Die steht... Doch! Nein! Doch! Nein! Hier steht... Swimming starten, Aufnahmestarten, Studiomodus starten... Und alles, was du machst. Ja, dann ist dieses Kack OBS schuld. Nein! Das ist eigentlich ganz richtig beendet. Nein! Das ist eigentlich ganz richtig beendet. Das hat man auch nicht mal was beendet. Fuck, ich hab Scheiße gebaut. Ja. Man kann alles sehen, was du machst. Und uns auch hören. Ich hab grad gehört, wie wir uns da gestritten haben, dass du nicht live bist. Du bist hier noch live. Jetzt haben wir drei fucking Zuschauer. Äh, nicht fucking. Jetzt haben wir drei Zuschauer. Fuck, ey! Ey! Einfach drück Streaming starten. Okay, mach ich jetzt aus. Was? Mach ich jetzt aus. PC aus? Ja! Ja, ich will eh... Nein! Oh! Kein Bock mehr! Dreckshund. Dreckshund. Vielen Dank.